Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elso Spades, zu dem Scharfschützenprojekt, wieder mit Team Deathmatch. Schauen wir mal, ähm, Spiel starten. Ne, ich will nicht die 3,24er haben. Ist ja doof. Na gut, nehmen wir es einfach mal. Hoffentlich sind ja ein paar mehr jetzt drin. Wo sind wir hier? Welche Karte? Mayan Jungle, okay. Interesting. Minecraft Creeper 300, äh, ist ein bisschen wenig Leute hier. Give me another. Das hört immer die gleiche an. Der wird wohl erstmal voll werden hier. Ah, der ist schon wieder ein anderes, okay. Ja, nehmen wir mal grün. Ich weiß nicht. Nehmen wir mal grün, okay. Aha, dieses ist ja ein wirkliches Sniper-Paradies, wa? Wie kommt man denn hier runter? Ah, okay. Laufen. Was bin ich? Wir sind grün, ne? Und hier oben... Ah! Da oben, so ein kleiner Penner von oben kommt der. Siehst du, ist doch perfekt zum Scharfschützen schießen da oben. Let's take him down. Komm ich denn bitte hier hoch? Alter! Der sieht mich gar nicht! Wo ist eigentlich mein Team? Das ist so ein kleiner Wichser. Kannst halt nur spawnen. Da oben ist er irgendwo. ein kleiner Wichser will auch da hoch, aber ich komm da nicht hoch irgendwie. Oh, wo ist denn der hin? Weg! Was für ein kleiner Wichser, ja. So ein Penner. Mach dich weg hier, er ist mein Platz. Mein schöner Spawn. Kann man ja von draußen rumlaufen, wa? Huh, hier ist Ende. Ach, Mann, oh, ich hab keinen getroffen. Oh, ich hab ihn nicht getroffen. Da hinten war er grad. Ich glaub, es ist immer wieder der gleiche, der da hinten rumläuft. Ist natürlich doof, ich würd' den jetzt gern abschießen, aber mir ist so risky, dass ich draufgehe. Naja, versuchen wir's mal. Beschütz' mal unsere Leute. Hinter mir? Vor mir? Da hinten ist er. Na komm hoch, du Feigling. Der war knapp. Kopfschuss! Da hinten haben wir da noch einen. Schon wieder der Typ, Alter. Immer wieder der gleiche, der da hinten rumkämmt. Eieieiei. Nicht munischen! Und natürlich auch leben. Kann nicht schaden, denk ich mal. Da-da! Ah, ist unser. Sechzehn zu siebzehn. Eieiei. Ist ja doof. Da griffst du erstmal schön nach unten. Wollen wir auch immer, der das tut. Need more kids. Das ist schön, da ist so eine Riesen-Map mit zu wenig Leuten. Moment hast du nicht gesehen. Oh, der ist tot. Ja, der auch. Alter, lass mich in Ruhe. Huch, ey, warum sind so viele Löcher drin, Alter? Habt ihr Langeweile? Da hinten war schon wieder ein Bauarbeiter. Der mit seiner scheißen Mütze, ey. Ist klar, weißt du? Ich stehe total weit weg und er trifft mich. Geh. Jetzt muss ich wieder hier unten anfangen. Ist ja kacke. Ich kriege. Okay. Kopfschuss! Aua! Irgendjemand schießt hier! Können das doch gerne so machen, Alter! Jetzt will er sich von hinten anschleichen, oder was? Ist nicht drin, Junge! Jetzt hat er glaube ich das Heapack... Nein, das Heapack liegt noch da, cool! Obwohl das auch eine recht coole Map ist. Wenn man hier wirklich voll besetzt wäre auf der Map, dann wäre das echt nice, glaube ich. Aber bei so wenig Leuten macht das keinen Sinn. Na gut, es sind schon einige da, aber ich sehe ja keinen. Ist aber ein grüner gewesen. Oder auch nichts, mal ein blauer. Ah, was für eine Sackrate, ey! Piss dich! Viel Leben hat er nicht mehr! Das ist so ein Wichser! Da weißt du, da will ich den da hinten abschießen. Der da, genau da, der in der Mitte. Da kommt der Wichser an, ey! Unfassbar! Was hab ich eigentlich für ein unfähiges Team hier bei mir? Was hab ich eigentlich für ein unfähiges Team hier bei mir? Muss ich sagen. Der bringt sieben! Ich würde die ganze Zeit Affen hier rumlau... rum... 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 rum sounden. Okay, der hat tatsächlich hier keinen mehr. Und hat er übrigens aufgegeben, endlich? Hat er gelieft? Oh, noch nicht ganz. Schade. Mein Ziel ist es, die Leute zum Rage hinzubringen. Da unten war einer. Na, wo seid ihr denn? Irgendwo da bekriegen die sich. Scheiß Dschungel, Alter. Ich hab kein freies Schussfeld. Wow! Hahaha! Das ist wie ein Penner. Was für ne Sacknase. Aber ich sehe keinen mehr. Okay, der ist tot. Der bringt sieben. Wurde getötet. Find ich gut. Find ich gut. Like. Neun Schuss, zehn Schuss hab ich noch. Dann hol ich mir mal ein bisschen Munition hier. Tausend Block. Wofür brauche ich denn bitte tausend Block? Ist doch total unnütz, oder? Da hinten ist jemand in die Luft geflogen. Ich suche Leute, die oben rumlaufen. Aber mir ist keiner. Ey, ich dachte, hier sind 20, 30 Leute. 20 Leute auf dem Server etwa. Und dann sowas, ja? Also wirklich. Muss ja nicht immer ein Headshot sein, na? Muss ja nicht immer ein Headshot sein, na? Oh shit, war das schlecht. Ich treff nix. So bad. Ah. Spawnschutz. Die Position hier ist gut. Ah, der hat mich nur gestriffen, die Sau. Au. Eine Minute noch. Ey, wir stehen hinten. Was macht denn mein Team, bitte? Minus 50 Punkte? Was ist denn das für ein Kack-Team? Ich sagte auch mal ein bisschen an, hier. Ist denn anstrengend, ja? Ich treffe die Typen nicht, abartig. Ich treffe uns gegenseitig beide nicht, ey wahnsinn. Da war er! 53, oh nein! Zwei Kills noch! Bitches! Pam! Ach, ärgerlich, ärgerlich. Blau gewinnt mit zwei Punkten, mein Gott. Ne, der bringt sieben, war nicht schlecht. Vergeltung! Habe ich überhaupt eine Map gewählt, habe ich gar keine Map gewählt? Oh, ist ja ärgerlich. Muss ich mich der Mehrheit unterwerfen. Tja, Level 5 gerade mal, Kopfschüsse, Level 113, haha, what the fuck? Ein paar Kills, ich mach lieber gerne Kopfschüsse, ist besser. Double Dragon, das kenn ich doch irgendwo her. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Team-Level-Match wieder zum Sniping. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!